Musik Verschärfte Lage 23 Bürgermeister fordern finanzielle Unterstützung bei der Kinderbetreuung WLAN beim Bahnfahren RMV bietet kostenloses Internet in S-Bahnen Weltraumkongress Asgardia-Initiative trifft sich in Darmstadt Das sind heute die Themen der Station 64 Eurem Podcast für Darmstadt und Südhessen von Echo Online Und damit hallo und herzlich willkommen zur 55. Folge der Station 64 Ich bin Anka, heute ist Freitag Und wir starten mit einem Thema, das uns schon letzte Woche beschäftigt hat Es geht um die Kinderbetreuung Alle 23 Bürgermeister aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg fordern finanzielle Unterstützung durch das Land Hessen Damit sie in ihren Kommunen genügend Kita-Plätze anbieten können Sie sind der Meinung, dass sich das Land stärker an den Betreuungskosten beteiligen muss Weil Kinderbetreuung schlussendlich auch Bildungsaufgabe sei Dafür haben sie eine Resolution, also eine Erklärung an das Hessische Ministerium für Soziales und Integration unterzeichnet Um gemeinsam dagegen vorzugehen Christel Sprössler ist die Vorsitzende der Bürgermeisterkreisversammlung und Bürgermeisterin der Gemeinde Rostdorf Sie hat mir erklärt, warum der Landkreis mehr Geld für die Kinderbetreuung braucht Das eigentliche Problem liegt darin, dass die Gebührenanteile, die von den Eltern übernommen werden In der Vergangenheit nur ca. 15-16% der Gesamtkosten betragen haben Und genau diese Elternentgelte werden nun durch die Gebührenfreistellung vom Land ersetzt Aber eben auch nicht mehr Das bedeutet, dass die restlichen 85% aus anderen Quellen kommen müssen Die Kommunen beteiligen sich flächendeckend mit originären Haushaltsmitteln zu 50-60% ganz alleine Bisher trugen die Städte und Gemeinden die finanzielle Last also überwiegend selbst Was den Kommunen zu schaffen macht, ist der Rechtsanspruch mit Beitragsfreistellung auf einen Kita-Platz für Kinder unter 3 Jahren Die Kindergartengebühren wurden abgeschafft und die Ganztagesplätze sind dadurch erheblich günstiger geworden Das heißt, die Nachfrage steigt immer weiter, die Lage verschärft sich und es gibt zu wenige Plätze Naja, die Lage ist natürlich sehr kritisch, sonst würden wir ja keine Resolution verabschieden Es ist nun mal so, dass in unserem Landkreis viele Kinder zugezogen sind und auch weiter zuziehen werden Weil wir in einem Ballungsraum wohnen und durch die knappen Wohnungs- und Grundstücksressourcen in der Stadt Darmstadt Natürlich viele Familien auf die umlegenden Städte und Gemeinden auswandern Es ziehen also immer mehr Menschen in den Landkreis Für die Familien und ihre Kinder mangelt es an Kita-Plätzen, vor allem aber auch an Erziehungspersonal Es kann einfach nicht sein, dass in einem gesellschaftlich so wertvollen Ausbildungsberuf die Erzieherinnen und Erzieher noch Geld mitbringen müssen, um die Ausbildung zu machen Sondern diese Ausbildung muss genauso wie andere Ausbildungen freigestellt werden Die Kommunen werden also nicht nur vor finanzielle Herausforderungen gestellt Sondern müssen sich auch dafür stark machen, dass die Ausbildungsmöglichkeiten für Erzieherinnen und Erzieher attraktiver gestaltet werden Zusammenfassend lässt sich also sagen, immer mehr Familien ziehen zu Es gibt zu wenige Kita-Plätze, zu wenig Betreuungspersonal und keine ausreichende finanzielle Unterstützung durch das Land Hessen Ob das Land der Forderung der 23 Bürgermeister nachkommt, das gilt es jetzt abzuwarten Für mich gibt es ja nichts Nervigeres, als in der Bahn kein Internet zu haben Manchmal muss man ja unterwegs wichtige Mails schreiben oder möchte auch einfach nur Musik streamen und dann hat man plötzlich kein Netz mehr Ich bin sicher, unter euch sind viele Pendlerinnen und Pendler, die genau wissen, wovon ich rede Der RMV, also der Rhein-Main-Verkehrsbund, hat sich jetzt eine Lösung für das Problem ausgedacht Kostenloses WLAN in allen S-Bahnen Am Dienstag wurde es offiziell in Betrieb genommen Dafür wurden ein Jahr lang 194 S-Bahnen im Großraum Frankfurt umgerüstet Mit 72.000 Schrauben und 53.000 Kabel Das Ganze soll insgesamt 5 Millionen Euro gekostet haben Nach eigenen Angaben bietet der RMV inzwischen das größte freie Funknetzwerk Deutschlands an Allerdings beschweren sich Reisende immer wieder über eine schlechte Verbindung Sobald die Bahnen aus den Großstädten heraus, also Mainz, Frankfurt, Wiesbaden, in die ländlichen Gegenden fahren Grund dafür ist das sogenannte Multi-Provider-System Das greift auf die Mobilfunknetze der drei großen Betreiber, Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica, also O2, zu Damit verringert sich zwar die Gefahr, dass der Zug gerade in einem Funkloch unterwegs ist Weiße Flecken auf der Karte gibt es aber trotzdem Wenn der Zug also keinen Empfang von außen bekommt, gibt es auch innen keinen WLAN Das Netz ist also noch ausbaufähig Leben im Weltraum Ja, was nach einem Science-Fiction-Film klingt, möchte die Asgardia in die Realität umsetzen Die Asgardia ist eine weltweite Initiative, die das Ziel hat, den Weltraum zu besiedeln Vom 14. bis zum 16. Oktober treffen sich die Anhänger auf einem Kongress in Darmstadt Um zu überlegen, wie das Leben im Weltraum in Zukunft aussehen könnte Igor Ashubeili ist ein Milliardär aus Aserbaidschan Er möchte eine neue Gesellschaft im All aufbauen Ohne Religion, ohne Ungleichheit und ohne Diskriminierung Seine Befürchtung, die Menschheit auf der Erde wird früher oder später durch einen Meteoriteneinschlag ausgelöscht Damit die Weltraumnation abheben kann, braucht es laut Angaben der Neuen Züricher Zeitung 1,5 Billionen Euro Für ein eigenes Internet bräuchten die Bewohnerinnen und Bewohner von Asgardia außerdem 10.000 Satelliten in der Umlaufbahn Für diese großen Pläne suchen sie momentan Investoren Bürger von Asgardia kann übrigens jeder werden, der der Verfassung zustimmt Wenn ihr noch mehr über die Asgardia und ihre Besiedlungspläne lesen wollt, dann klickt euch rein auf www.echo-online.de Da haben Alina Schroth und Sabine Schiener alle Infos zum Thema für euch zusammengetragen Ja, und das war es auch schon wieder für diese Woche von der Station 64 Zum Wochenende wird es wieder angenehm warm bei uns in Südhessen Also genießt das schöne Wetter Bis bald und tschüss Bis bald Bis bald Bis bald